Boah, ich hab morgen diese blöde Mathe-Schularbeit. Und ich hab GBK-Karten. Was war das? Was war das? Hello? Ah, Hilfe! Was ist denn das für ein Boot? Hat das wieder mit diesem dummen Clown zu tun? Komm raus, ich hab keine Angst vor dir. Bist du dir da ganz sicher? Ja, zeig dich! Na gut. Hello? Der Tornado des Schreckens An einem sonnigen Herbsttag auf der Blumenwiese schien heftig die Sonne und blies ein wenig der Wind. Doch als die Sonne unterging, kam ein starker Sturm. Er wirbelte ein Blatt nach dem anderen auf. Die Blätter formten sich zu einer Schlangenlinie. Der Tornado saugte die Blätter und Blumen auf. Er zerstörte alles. Als er verschwand, erschienen die Blätter und Blumen wieder und sie formten sich zu einem Herz. Der End. Der End. An einem schönen Tag wollte der Förster Steve einen Baum fällen. Puh, die Arbeit ist heute schwer. Ich kann nicht mehr. Was für ein schöner Tag ist heute. Hallo, wer bist du denn? Hi, ich bin Steve. Soll ich dir helfen? Okay. Gut. Eins und zwei. Diese alte Frau hat doch nicht etwa dem Baum abgefällt. Am nächsten Tag. Ist aber umschwer. Soll ich dir helfen? Okay. Super Omi Time. Eins und zwei. Jetzt muss ich schon wieder dem Mann helfen. Okay. Und schon fliege ich mit dem Baum davon. Tschüss. 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 Tschüss.